Adi Tutoros, Ehefrau Hannah Tullnik ist wahrscheinlich vielen von euch am Begriff, doch nun folgen unglaubliche Neuigkeiten. Tullnik lebte bislang in der berüchtigten Vloghütte. Das war ihr Zimmer. Keine Sorge, sie hatte ein Bett. Und nachdem dieses Zimmer jetzt wochenlang leer stand, zieht endlich wieder jemand ein. Ist es Adi? Nein. Aber Gott sei Dank hält Influencer Mike Welles im World Wide Web alles auf Film fest. Und so auch die neue Mitbewohnerin. Und diese sieht man jetzt im neuen Vlog.